Ahoi und willkommen zurück. Wie ihr seht, habe ich meine Armanimation verändert für all die, die von Epilepsie gefährdet sind und den Zeigefinger einfach nicht ab konnten, weil er so zuckte, weil er so weit weg war. Denke ich, ist die Hand jetzt ein bisschen angenehmer. Ich habe auch versucht, die Soundsettings ein bisschen anzugleichen, damit es nicht ganz so zittrig ist. Ja, ich bin immer noch am eintunen mit meinem neuen Setting. Heute geht es um den narzisstischen Bimbo, die zeigt, wie man ältere Männer manipuliert. Böse Menschen planen böse Dinge. Ich habe schon wieder eine Ahnung. Ich habe das TikTok gesucht. Ich hätte es auch finden können, glaube ich, aber da wäre keine Übersetzung drunter. Deswegen habe ich jetzt das Video von Rich Cooper genommen. Der sagt auch noch einige schlaue Sachen hinterher. Der wird jetzt gleich dieses TikTok, um das es geht, vorführen. Die Untertitel habe ich schon gecheckt. Die sind recht gut. Wenn wieder was nicht klar ist, werde ich es übersetzen. Es ist ein sehr gutes Anschauungsmaterial, sehr gutes Anschauungsmaterial für die Manipulation des Egos. Eine der fünf Manipulationen, die ich auch schon im Video mit Alpha-Mentalität mal aufgezählt habe. Gibt natürlich noch wesentlich mehr. Also wie der Ninja praktisch versucht, dich wegzuknacken. Ich täusche hier an und bin hier schon drin. Der Vorteil ist jetzt, dass er mit seinem Stock erstmal nichts mehr machen kann. Ich trotzdem schon dran bin. Dieses nutze ich aus, indem ich unter Beibehaltung des Schutzes an ihn rangehe, sein Gleichgewicht breche und jetzt in seine Nahdistanz reingehe. Und das ist die charmanteste Methode. Solange du am Ego greifbar ist, sagte ich häufiger, solange du Ego-Diston bist, immer noch in der Frau Ego-Validierung suchst, dann hast du ein Problem. Und das ist halt eine der geschickten Möglichkeiten. Und sie plaudert sehr aus dem Nähkästchen. Also ich fand es sehr beeindruckend. Dann schauen wir mal, was die moderne Frau so alles auf der Pfanne hat. Ja, also sie trainiert sogar andere Frauen, andere Golddigger, um aus Männern mehr zu extrahieren. Diese Menschen hier sind so vulgär in Ihrem Beton. Sie kennen kein Mitleid. Zur heutigen Zeit glaube ich auch nicht weiter verwunderlich an dem Datingmarkt, dass das Zulauf hat. Ich meine, es gab immer, was weiß ich, 25 Prozent ist die Schätzung der Frauen, die eben total auf Ressourcen abfahren. Das ist auch okay. Aber heute auf dem sehr komodifizierten und objektifizierenden Datingmarkt, ja, treibt das so seine Blüten. Ja, also schon der Anfang ist brutal. Man muss ihre Stärken und Schwächen gegen sie ausnutzen. Was ich immer über Ninjas sage, da ist eine Ninja-Meisterin am Werk, die das sogar professionell macht. Ja, also da sollte man immer sich bewusst sein. Frauen haben diese Sachen instinktiv drauf. Ja, das hat die Evolution so eingerichtet. Aber heute, wenn da natürlich noch ein narzisstischer Persönlichkeitstyp oder Borderline oder was auch immer vorliegt, Cluster B, sagen wir mal, dann kann das schon sehr absichtlich sein. Da werden diese Talente auch sehr absichtlich genutzt. Ja, das ist eine sehr schöne Offenlegung. Ja, sie hat den Geschäftsmann genannt, genau das, was ich meinte. Ja, der prahlt über sein Business. Was sagte ich immer über Prahlen? Wenn du irgendwas hervorstellst, klar, dann zeigst du damit eigentlich an, aha, er muss überkompensieren. Aha, also ist er eigentlich dahinter schwach. Das erkennt natürlich der geschulte Ninja sofort. Was spielerisch aussieht, ist das Ergebnis eines jahrelangen Trainings. Und nutzt es umkehrpsychologisch aus, indem er dann aufs Ego anspielt und sagt, ja, ich weiß, du hast es bestimmt schwer als Geschäftsmann, ja, umkehrpsychologie, aber du könntest mir hier und da finanziell unter die Arme greifen. Also sehr geschickt, ja, sein Ego gecheckt, gesehen, aha, da ist der sensible Punkt, zack. Und jetzt ist er natürlich in der Pflicht zu sagen, ja, ich bin ja ein toller Geschäftsmann, weil da ist sein Ego-Investment drin und jetzt muss ich ihr ja sozusagen helfen. Sehr interessant. Ritz Cooper grinst nur und bewegt den Kopf. Er kennt das garantiert sehr gut, ja, als selber reicher Geschäftsmann werden das bestimmt auch, welche wir ihn probiert haben. Ja, mutig, ja, das Angstwesen überwinden und dann sehr unschuldig klingen. Dazu kommt's gleich, ja, die kindliche Seite der Frau, das Opfer raushängen lassen, die Unterstellung, oh, ich arme das Opfer. Ja, ach, bitte, Papi, hilf mir doch, ja. Weißt du, was das ist? Das ist die kleinste Violine der Welt, die spielt nur für die Kellnerin. Mit Baby-Stimmen. Dazu sagt er gleich nochmals im Anschluss. Ja, ich weiß, du bist schlau, aber du bist ja nur Arzt. Da kommt der Ego-Angriff und dann kommt die Reaktion, ich bin schlau. Bei Dabas Kammer-Dema, im letzten Video kam das ja auch vor, dass er Frauen sogar dazu geraten hat, dieses Mittel zu benutzen. Du treuloses, schwachsinniges, verräterisches Schwein. I mean, I don't know. He will give you full-on details on everything. He will probably even do research to tell you about this talk. Ja, genau. Und er wird sogar forschen, machen, tun. Und Frauen haben das mit mir auch schon gemacht. Also rückblickend ist mir das auch so aufgefallen. Nach dem Motto, ich hab keine Ahnung von Handy, von Internet. Ja, von Psychologie. Klar, hilf mir doch mal, komm. Großer, starker Admiral oder toller Partner. Ja, komm. Und so. Es ist so geschickt. Und man fällt wirklich drauf rein. Ja, wenn es eine Kleinigkeit ist. Wenn es jetzt wirklich ist, wie stelle ich mein Handy auf irgendwas? Ja, mein Gott, dann macht man das auch. Das ist ja jetzt nichts Großes. Wenn es um Kohle geht natürlich und um wirklich aufwendige Sachen, dann muss man sich das schon mal genau überlegen. Ich glaub, da sollte jeder wach werden. Aber, ja, wir schauen mal weiter. Du kannst in der Beziehung nur Lügen verwenden. Ja, sagt sie offen. Klar, du musst es nur durchziehen können. Der beste Lügner ist der, der seiner eigenen Lügen glaubt. Frauen haben die Anlagen dazu, wenn sie Cluster B haben. Die besten Anlagen dazu. Ja, mach irgendwas. Erzähl von deinem missbrauchenden Vater und dann drück die Tränendrüse richtig raus. Klar, weck den White Knight, den Beschützerinstinkt, den ich allen Leuten am liebsten abtrainieren würde. Ja, das ist das erste eigentlich hier im Samurai-Training, sag ich mal, den White Knight-Instinkt komplett abtrainieren. Ist schwierig, sich den Würgelreflex abtrainieren. Oder viele andere Reflexe, die man hat. Das ist so drin. Sehr, sehr schwer. Aber wenn man das sieht, deswegen zeige ich so viel von dem Material. Nicht, weil ich Frauen per se schlecht machen will unbedingt, auch wenn es ihnen wieder Spaß macht. Aber einfach, um zu verstehen, was da draußen los ist. Ja, und wie gesagt, die macht es sehr bewusst. Andere machen es ganz instinktiv. Man muss immer bei sich bleiben und immer wach bleiben. Man hat es einfach mit Ninjas zu tun. These fearsome shadow warriors were known as Ninjas. Ja, aber man kann es natürlich auch leicht abwehren. Wenn man am Ego eben nicht greifbar ist, wenn man all diesen Quatsch kennt, dann geht das schon. Dann kann man das handeln. Aber gerade heute sehr verbreitet. Ist das in verschiedensten Varianten. Das passiert auch nochmal. Ich will gar nicht so viel aus dem Ninjas zu plaudern. Ja, ja, genau. Dann funktioniert das Ganze. So ähnlich ist es ja auch mit den Exen. Das aus der Top 1,8% Siebung. Oh Gott. Ja, hat mich bedroht. Er war Narzisst. Ja, muss sie immer sagen. Sie ist immer die Gute hinterher. Ja, sie geht stark ins Schwarz-Weiß. Sie muss ja die Ruferhaltung, die oberste Direktive immer gewährleisten. Und will damit natürlich auch gleich den Beschützer erwecken. Das ist hier ganz analog dazu. Deswegen war halt Instinkt heutzutage ganz falsch. War nie besonders schlau, sich da greifen zu lassen. Aber heute besonders nicht. Also, es ist nur ein Mindgame. Nutzt seine Stärken gegen ihn. Nutzt seine Schwächen gegen ihn. Es ist sehr entlarvend. Und hör genau zu. Genau. Wenn sie da sitzt und du die ganze Zeit großspurig erzählst, ich bin der und dies und das. Sie macht Notizen innerlich die ganze Zeit. Das sind antagonistische Paarungsstrategien. Bei manchen eben extremen, bei anderen weniger. Die einen machen es ja bewusst, die anderen instinktiv. Deswegen, zu viel von sich preiszugeben, nie gut. Der Feind hört mit. Lern die Scheiße, das kann dir einen Arsch retten. Sonst decken diese Wichser alles Mögliche hinter deinem Rücken aus. Ja, aber Umkehrpsychologie benutze ich auch ganz gerne. Habe ich häufiger mal gemacht. Bin ja auch ein Manipulator. Zum Beispiel, das traust du dich ja sowieso nicht. Und auf einmal, nö, das traue ich mich. Man kann das schön natürlich auch selber spielen, das Game. Umkehrpsychologie. Um den Krieg zu überleben, muss man selbst zum Krieg werden. Ja, sie fordert die Frauen auf, das Ego des Mannes zu brechen. Dasselbe, was in den Stufen der Betaisierung passiert. Die Frau ist instinktiv grenzdurchbrechend und will den Mann ja praktisch zur Drohne umfunktionieren. Über Beschämung, aber auch über Egotricks, so wie sie es macht. Sehr geschickt. Außerdem setzen sie Kettensichel und Handkrallen ein. Damit können sie nicht nur Schwerthiebe abwehren, sondern auch gezielt zuschlagen. Und ihnen letztendlich funktional machen. Und sie ist sozusagen das reine Derivate dieser Strategie. So, let's say, before you ask for a phone or something to get paid, you can be like, babe, back then, did they have phones? So you can remind them that you're the prize and he's older than you. Sehr geschickt. Hatten sie damals schon Telefone, damit er denkt, er ist zu alt für sie? Er will be like, oh, did you know, yeah, this is that. And then you can ask him for something, because now he's reminded, oh, I'm, she's the pretty girl here. I'm the one, you know, she's the prize. Gotta put these guys in check. Ja, ja, genau. Sie will sich zum Preis machen. Das sind antagonistische Fahrungsstrategien, ja. In der Red Pill heißt es immer, der Mann ist der Preis, der hochwertige Mann und der ist auch der Preis. Das Beste, wovon sie immer träumen, ihr feuchter Traum, ist es, einen hochwertigen Mann zu finden, einen Chad oder einen reichen Typen, wie auch immer, der seinen eigenen Wert nicht kennt. Das ist der feuchte Traum eigentlich von all den Weibern, die den Dating-Apps rumkrauchen und da eben diese Top-Siebung machen. Und sie glauben auch, dass es den gibt. Und den gibt es auch teilweise. Zum Glück werden es immer weniger, die auf diesen Quatsch reinfallen. Du musst deine Liebe tief in dir verstecken, verstehst du? Sonst werden die Maden da draußen auf der Straße sie finden, sie gegen dich einsetzen und dich kaputt machen. Sometimes. Alright, gotta put these guys in check sometimes. Alright, well, there are a few things to unpack there. Oh, man, these, these bimbos, they're everywhere. They think that they have game, but honestly, this is way too common. And I guess, you know, the reason why they're using it is probably because it works. Ja, er sagt, dass sie denkt, sie hat game, aber das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber er sieht jetzt selber ein, ja, das funktioniert. Es gibt anscheinend echt viele Trottel da draußen noch, die es noch nicht gerafft haben. Es gibt mehr Schwachköpfe als Menschen auf der Welt, also mach einen Abflug. You know, if we're being honest, a lot of dudes fall for this crap. So there's a couple things here that, you know, we gotta talk about for sure. First, let's talk about the baby voice thing, because I know this will fly over most people's heads and they don't think about this. But there's a lot of research that's been conducted on this, and it all draws the same conclusion. Women that use their baby voices, these like squeaky little underdeveloped sort of child voices to sort of like manipulate and get their way, they're dealing with a lot of childhood trauma. Das ist interessant. Das wusste ich persönlich auch noch nicht. Ich habe auch noch nicht viele Frauen ertappt dabei, diese Kinderstimmen zu benutzen. Was sie immer machen, ist die Myotinie, die Kinderaugen. Ihr ganzes Gesicht mit den großen Augen und dem schwachen Kiefer ist ja schon so oft kindlich angelegt. Das soll ja schon direkt den Beschützerinstinkt wecken. Das ist von der Natur so gewollt. Sie ist kleiner, sie ist verletzlicher und sie soll diesen Beschützerinstinkt wecken. Der ist tief evolviert. Fremde Männer werfen sich in Kugeln bei Schießereien, um fremde Frauen zu schützen. So tief ist das evolviert, der Weitenheit-Reflex. Deswegen fällt es auch vielen Männern so schwer, die auf diesen Content stoßen, wirklich zu glauben, dass Frauen auch richtig, richtig reulich sein können. Mein ganzes Leben ist eine Lüge. In der Mehrzahl vielleicht sogar heute auf dem modernen Dating-Markt sehr manipulativ sind, sehr auf ihren Vorteil bedacht sind, solipsistisch. Wie gesagt, teils instinktiv, teils sehr bewusst, nicht alle, okay, aber das ist ein großes Thema. Das ist instinktiv verankert, darüber habe ich ja genug gemacht. So, was er noch sagen würde zum Kindheitstraumata und den Daddy-Issues, die sie dann haben, wenn sie diese Kinderstimmen benutzen, es macht Sinn. Cluster B, muss man sich klar sein, die Hochtoxen sind zwei bis drei Jahre alte Kinder im Körper eines Erwachsenen. Das ist das Abgefahrene. Wenn du Borderline oder Narzissmus hast, wirklich pathologisch, hast du da ein großes, bösartiges Kind. Wir denken an Johnny Depp und Amber Hart. Darauf entwickelt sich eine ganze, im Fall von Borderline, eine zersplitterte Persönlichkeit oder eben im Fall von Narzissmus ein starkes False Self, ein falsches Selbst. Ja, aber dahinter ist meistens ein sehr bösartiges Kind. Das ist das Abgefahrene. Wenn du solche Leute triffst, haben natürlich über Jahrzehnte eine Persönlichkeit entwickelt, die ist aber sozusagen nur maskenhaft drumherum. Dahinter ist erstaunlicherweise, und das will man immer nicht glauben, dass man ein Kind im Erwachsenenkörper hat, das einen auch noch völlig über den Finger wickelt und auch noch die ganzen Beschützerinstinkte triggert, die ganzen Manipulationsmoves drauf hat. Es ist brutal, wenn man es selbst nie erlebt hat. Wie kann man es gar nicht glauben, dass so etwas existiert. Lauf! Schnell! Renn zu dem Helikopter! Von daher passt das gut mit den Kinderstimmen. Ich habe darüber gesprochen, in der Red Flag chapter von meinem Buch gesprochen. Und ich glaube, es war die erste Red Flag, wenn ich mich nicht verstanden. Es sind Frauen mit Vater Probleme. Es ist ziemlich common für sie zu benutzen, die kleine Baby-Voße, zu versuchen, zu manipulieren, zu bekommen, was sie wollen. Das ist nicht normal, also Kinderstimmen kann man auf dem Zettel notieren, okay. Normal, adult-women don't use Baby-Voices in conversation. Babys use Baby-Voices. Children use Baby-Voices. You know, maybe little girls do, to try to, like, you know, get that ice cream or the cotton candy or whatever. You know what I'm saying? So, that's the first thing that you want to be alert of. The other thing I wanted to mention, too, is that this is not genuine burning desire. I talk about genuine burning desire. Ja, und hier gehen meine und seine Meinung auseinander. Ja, da bin ich eher auf Ryan Stones Seite, der das ein bisschen tiefer beleuchtet hat. Wirkliches brennendes Verlangen ist einer von 242 Gründen, warum die Frau mit dir Intimität hat. Sie kann ganz viele Gründe haben. Sie kann natürlich ein sehr niedriges Interessenlevel haben. Das ist das, was er eigentlich sagen will. Und eigentlich nur dich ausquetschen wie eine Zitrone. Ja, das wäre so das Schlimmste. Sie kann aber auch ein mittleres oder hohes Interessenlevel haben und trotzdem mit dir schlafen, weil sie gerade ihren Ex-Freund verlassen hat, weil sie gerade Schokoladeneiscreme gegessen hat, weil die Sonne gerade scheint. Warum auch immer, weil ihre Hormone gerade oben sind. Ja, für dich als Mann, der nur einen Grund hat, warum er eine Frau flachlegen will, brennendes Verlangen, ist es am Ende egal. Er wird gleich noch was dazu sagen. Wichtig ist der Output für dich. Ja, got laid, don't care. Ja, bin zum Zug gekommen, alles gut. Und wenn es gut war, wunderbar, gerne mehr. Aber für mich ist da wieder dieser Blackpill-Gedanke her. Dieses Dürfnis nach weiblicher Validierung. Ja, wir haben das alle. Klar, es ist immer schöner, eine Frau, die Verlangen zeigt, woher es auch immer kommt. Das kann ja in dem Moment egal sein. Ihr Gehirn ist ja eine Blackbox, du weißt ja nicht, welcher der 242 Gründe es ist. Aber es ist natürlich schön, wenn was wiederkommt und es nicht total künstlich wirkt. Also so sensibel sind die meisten Männer noch, dass sie gerne was wieder hätten. Es kommt halt darauf an, in welchem Maß. Also es muss nicht total kühl sein, wie bei Paysex, dass man sich sagt, ach, das ist mir völlig egal, das ist nur Triebabbau. So ein bisschen mehr ist schon schön. Aber man sollte sich eben nicht zu sehr in diese Liebesfantasie, in diese Bestätigungsfantasie, vor allen Dingen in diese Ego-Distone-Bestätigungsfantasie reinbegeben, dass die Frau einem genau das ja macht, was ich vorher kritisiert habe, das Ego streichelt. Oh, du bist so ein toller Typ, oh Gott, bist du begehrenswertig. Ich meine, jeder hat das gerne, nimm es an, wenn es kommt. Aber wenn du danach suchst und tiefer schaust, wirst du enttäuscht werden. Und da gehen halt unsere Meinungen auseinander. Ich möchte hier auf gar keinen Fall Panik verbreiten, aber ich möchte auch nicht, dass wir dumm sind. Ich möchte hier auf gar keinen Fall Panik verbreiten, aber ich möchte auch nicht, dass wir dumm sind. Ja, dieses unausgehandelte Verlangen ist, wie gesagt, einer von vielen Gründen. Ja, er hat es natürlich auch oft erlebt als reicher Geschäftsmann, dass Frauen gleich diese Nummer versucht haben. Er geht natürlich darauf nicht ein. Aber ich werde Ihnen nicht dabei helfen. Okay. Sollen Sie euch ins Knie ficken? Ja, ins Knie ficken. Das ist klar, nach seinen Erfahrungen. Ja, also wenn jemand das gleich früh im Dating-Kontext anbringt. Ja, ich habe da noch Rechnungen zu bezahlen. Ich habe so wenig Kohle. Sie machen es natürlich schon indirekt. Hatte ich letztens mal ein Date. Da kam es ja gleich total raus. Und als ich dann indirekt zurücksignalisiert habe, von mir gibt es nichts, aber du kannst gerne mir in die Kiste springen, kam dann sofort natürlich die Antwort, nee, ich glaube, ich muss gehen. Du hast dir jetzt nichts rauszuholen. Man kann das schön unterhand spielen, ja, und das dann indirekt wieder zurückspielen. Und dann kriegst du ganz schnell deine Antwort. Also das merkst du schon ganz schnell. Wenn sie dann anfangen, über ihre Probleme zu erzählen, über ihre Kinder, über ihre finanziellen Nöte. Die, die ich hatte, war so dreist und hat erzählt, dass sie einen Ex hatte, den sie zehn Jahre lang nicht herangelassen hat, ihn danach geheiratet hat und ihn danach nach einem halben Jahr verlassen hat und die Kohle genommen hat. Aber heute pleite ist natürlich, nach zehn, zwanzig Jahren später. Also herrlich, ja, deutlicher kann man es ja eigentlich nicht sagen, aber gut. Ich riet ihr dann, ach, um die Anekdote zu Ende zu erzählen, guck mal, nutzt doch die ganzen Dating-Apps und schafft den Hofstart an Sims. Die warten alle nur da draußen, dich zu validieren, die Aufmerksamkeit zu geben und dich vielleicht auch noch mit Kohle zuzuschütten. Da hat sie geguckt, das würde ich ja nie tun, so eine bin ich ja nicht, natürlich nicht. Leb wohl. Ja, und hier scheinen sich halt die Geister. Ist Intimität nicht in den meisten Fällen zwischen Mann und Frau transaktional, könnte ich jetzt zynisch sagen, ja. Was auch immer der Deal ist, ja, vielleicht, ich hatte verschiedenste Gründe, also ich muss das Buch wirklich mal durchlesen, ich bin jetzt auf der Hälfte, welch mal ein Video zu machen, welche Gründe die Evolutionspsychologen was und wer ist es, wenn die irgendwas sehen. Es können, wie gesagt, so ganz komische Gründe sein, ja, und du beziehst es dann auf dich, das ist ja immer der größte Fehler. Ich meine, im Endeffekt, wie ich vorhin sagte, du kannst nur das Ergebnis sehen, ja. Ist sie gut, macht sie die Double Monkey Backflips, gibt sie dir das, was du willst, fühlt sie sich gut an, dann ist es gut, aber frag lieber nicht nach den Gründen und glaub irgendwie dir noch aus ihrer Lust, Bestätigung zu ziehen. Das ist ja die typisch co-abhängige Intimität, die ich auch lange gepflegt habe. Klar, ist nicht schlecht, bis zum gewissen Grad, aber eben nicht too much. Also da sollte man eigentlich von wegkommen, da muss ich ihm wieder mal und nochmal widersprechen. Ja, wenigstens fällt es mir noch selber ein, Männer sind Erfolgsobjekte. Er hat den Spruch geprägt, ja, Frauen picken die Gewinner und warten an der Ziellinie und bespringen die und denen ist es wurscht, wie du an die Ziellinie gekommen bist. Manchmal setzen sie auch auf die Aktie, wenn sie den Gewinner nicht kriegen, auf denen der vor der Ziellinie ist. Ja, also ihm ist Hypergamie in sich schon klar. Also ich glaube, er versteht auch, wie ich das jetzt meinen würde, aber ich verstehe auch, wie er es meint, natürlich. Es gibt Unterschiede im Interessenlevel, in der Intensität, aber auch das kann täuschen. Ich will nicht schon wieder immer das Beispiel der Borderliner oder Narzissten bemühen, die dich eben perfekt spiegeln und dir die tollsten Double Monkey Backflips spiegeln und die haben dich auch nie gemeint, die haben dich nie gesehen. Die sind ja die größten Manipulatoren im Endeffekt. Da kann man ja auch gut drauf reinfallen. Deswegen sollte man da immer, glaube ich, nicht mehr so viel Wert drauflegen als erfahrener Mann. Sie verstehen, was das bedeutet? Dass ihr Jungs euch nicht verscheißern lasst. Ja, etwas in dieser Art. Ich habe es ein Millionen Mal gesagt, dass Frauen sind Beautyobjekte, und das ist die Art, wie Dinge operieren. Aber die Wahrheit ist, dass sie nicht wirklich will, sie nicht mehr so viel Zeit haben. Sie werden wahrscheinlich nur die Einwohnerinne, die Bestinne, und sie wird sicherlich zu milken Sie für Ihre Rehörungen. Das bringt mich zu dem die letzte und finalen Punkt, wenn es zu den Beinemn, die Bimbos sind, dass die Beautiful-Women sind sehr common. A lot of Leute die Beautiful-Women sind sehr schwerer Rehörungen. Sie sind sehr schwerer, wie sie sind. Sie sind sehr rare. Sie sind nicht. Sie sind sehr common, in fact. Ja klar, es gibt so Regionen der Welt, die westliche Welt, wo sehr viele dicke und lila haarige, unangenehme Frauen rumhängen mittlerweile, das stimmt. Aber mit der anderen Sache hat er auch recht. Schöne Frauen sind gar nicht so selten, wie man glaubt. Wenn man nicht in der Welt unterwegs ist, klar, auf den Dating-Apps, welche sieht, die einen nie im A angucken würden, naja klar, gut, oder in Bronn oder was auch immer. Aber wenn man mal draußen auf der Straße guckt, gibt es eine Menge schöne Frauen. Also wenn man dann die One-Night-Is spricht da an, wenn man dann eine Frau sieht und die erinnert einen meistens an die Mutti vom psychologischen Profil, wie ich immer gerne hinzufüge. Sie hat immer wieder zu mir gesagt, dass ich nie im Leben mit einem dieser Mädchen zusammenkommen würde, weil ich ein Schlappschwanz und eine Peinlichkeit wäre. Sie waren in Ihren Augen ein Versager. Wissen Sie, meine Mutter war eine anständige, aufrechte, vernünftige Frau. Aber wenn es um mich ging, war da nur tiefe Verachtung und Spott. Sie zeigte mir immer, wie enttäuscht sie war. Das muss furchtbar gewesen sein. Und dann denkt, das ist die schönste Frau der Welt. Ah, die muss ich haben, es gibt keine, die schöner ist. Ich werde nie wieder so eine schöne Frau kriegen. Ja, ganz, ganz schlechte Schwarz-Weiß-Denke. Da muss ich ihm jetzt mal ausdrücklich recht geben. Ich habe eine terrible Attitude, dass ich nichts zu tun habe. Ich verstehe. Aber die meisten Frauen sind immer sehr attraktiv, besonders wenn sie jünger sind. Ich meine, da sind nicht viele 20-jährige Frauen ausdrücklich. Sie sind ein bisschen älter, 30s und 40s. Es ist schwer für sie zu sehen, aber wenn es zu jüngeren Frauen ist, wenn du ein Seasons-Guy und du bist erfolgreich bist, die hohen Valu-Mänen sind die rareren Kommodität auf dem sexuellen Marktplatz. Das bedeutet, Leute, die wissen, wie Geld machen, sind kompetent, sind lustig, sind kompillend, sind nicht faszinierend. Sie wissen, wie viel Geld machen, haben die Skills, haben eine gute soziale Netzwerke. Ja, wie sie Geld machen, wie sie noch mehr Geld machen, da merkt man natürlich seinen persönlichen Bias. Das ist ja sein Image als Alpha Male, der reiche Geschäftsmann, der an seinem McLaren rumfährt, der Netzwerke hat, der Kompetenz hat und so. In diesem Land musst du erst mal vorher Geld machen. Und wenn du Geld hast, dann hast du die Macht. Und wenn du dann die Macht hast, dann kriegst du auch die Frauen. Das ist ja alles nicht falsch, ne, aber da merkt man auch schon, worauf er sich was einbildet. Zu Recht vielleicht auch, ja. Muss man ihm ja lassen, sein Kanal hat jetzt eine halbe Million Abonnenten mittlerweile. Ich habe gestaunt, als ich mal wieder geschaut habe. Leute wie das sind sehr rar. Sehr rar, in fact. So, you know, towards the end she's going on about how women are the prize and blah, blah, blah. And, you know, use reverse cycle. Some of the dumbest shit I've ever heard. Like, oh, you know, did you have cell phones when you were, you know, younger? Bitch. Cell phones have been around for a long time, okay? We had brick cell phones in the 1980s before, you know, you were even born half of these broads, right? Cell phones are not new, but they like, you know, they like to play these games. And I can only imagine how many dummies paid attention to this bimbos video. Ja, sie spielen gerne Spiele und wie viele Idioten ihr Aufmerksamkeit gegeben haben und wie viele Frauen sie belehrt hat, die diese Tricks angewendet haben, um Männer auszunutzen. Ja, will man gar nicht wissen. Ja, es ist immer wieder der Tausch Intimität gegen Aufmerksamkeit oder Ressourcen. Das ist auf der Meta einfach mal so in der Regel, ja, muss man einfach hinnehmen. Also, wenn man denn ein älterer Herr ist und Kohle hat, dann soll man auch Seeking Arrangement nutzen oder irgendwas. Dann würde ich mir einen vernünftigen Deal aushandeln. Das ist, was ich für Männer immer will. Handelt euch einen vernünftigen Deal aus. Da geht es am direktesten. Okay, ich will eine nette junge Frau haben, die mir Gesellschaft leistet, in Anführungszeichen. Was brauchst du dafür? Drei Riesen im Monat hier, wunderbar, danke, fünf. Egal, wenn ich es habe, ist es mir ja wurscht. Ist super, ist fair. Wenn ich das bekomme, was ich will, finde ich das fast noch fairer. Schlimmer ist es, am offenen Markt muss man diese Deals immer aufgrund der ganzen Geflogenheiten indirekt aushandeln. So, wie ich vorhin beschrieb, so mit indirekter Sprache und ja und da. Man darf ja keine Grenzen überschreiten und nein und ach ja, ich bin ja nicht so eine und hin und da. Ach, all diesen Quatsch. Anstatt klar zu sagen, was man will, da bin ich mittlerweile wirklich ein Fan von. Das will ich. Das sagte ich ja auch in dem Buch, was wir gerade bearbeiten. Man heißt ja, no I feel guilty, keine Schuldgefühle mehr. Nur noch sagen, gut, das möchte ich haben. Vielleicht nicht beim ersten Date auf die Stulle total unkalibriert. Also ein bisschen Kalibrierung, ein bisschen Charme muss man dabei natürlich schon haben. Und natürlich auch das Standing. Und dann kann man schon genau sagen, was man will. Und dann ist man schnell durch mit der Sache und sieht, aha, das läuft nicht, alles klar. Ja, schlimm ist ja immer, das kenne ich ja über die letzten 12, 13 Jahre immer in diese Fänge zu geraten. Zu glauben, zu gutgläubig zu sein, zu koabhängig gutgläubig zu sein. Ja, die wird das schon nicht so meinen. Ja, klar, die will ja noch ein bisschen schreiben. Der fehlt nur das Vertrauen, die hat Angst. Ach, die will nicht telefonieren, weil, ja, die hat schlechte Erfahrungen gemacht. Ihr Ex war Narzisst. Und all diesen BS, ja. Also, was ich eigentlich sagen, wie Strich drunter ist, eure Interessen durchsetzen, an nichts glauben, aber dabei nicht reaktiv sein, nicht böse sein, nicht unfreundlich sein, sondern alles kalt sehen, was ihr wollt, das durchbringen, nett, freundlich, charmant und wenn nicht, aufstehen und gehen und sagen, auf Wiedersehen, sucht den anderen Trottel. Das ist aber nur der Undatingmarkt dringend erforderlich. Ja, ja, genau, da kommen sie mit den Tränchen, ne, da ist ja das Testosteron senkende Steffchen drin, ne, das ist ja die super Geheimwaffe eigentlich, über die weiblichen Tränen, hatte ich auch mal ein Video gemacht, auch Obermittel der Manipulation, niemand kann eine Frau weinen sehen, ich auch nicht, ich werde da immer noch weich, aber ich kann, denke ich, ein bisschen unterscheiden, ob es echt ist oder nicht, hoffe ich jedenfalls. Da ist es ganz schwer. Also den Beschützer tot zu kriegen, ist sehr, sehr schwer, aber man muss es angehen, gerade heute. Wer, glauben Sie, ist dieser Mann? Gott? Nein, Gott kennt Gnade, er nicht. Ja, und das ist das Übelste als Output. Und die hat dann einmal mit dir geschlafen und du hast sie mit Aufmerksamkeit zugeballert oder mit Kohle, das wäre ja noch schlimmer, ich habe es dann halt mit Aufmerksamkeit häufig getan. Oder überhaupt nicht gar, ja, ist schlimm, wirklich übel. Man muss da total auf seine Interessen bezogen sein. Es ist ein eiskalter Markt da draußen, kann ich nur sagen. Wenn du hier den Durchblick verlierst, bist du wirklich am Arsch. Und das ist in keiner Weise übergriffig, frauenfeindlich oder sonst irgendwie negativ konnotiert, wenn du als Mann an dein Interesse denkst. Das ist gesunder Narzissmus, gesundes Ego und heute dringend erforderlich. Gerade für diese Herrscher an immer weiter in die Co-Abhängigkeit gedrängten Männer, die durstig da hocken und eigentlich immer unterversorgt sind. Da ist es besonders schwer, nicht nochmal hinterher zu gehen, nicht nochmal zu fragen, nicht nochmal zu baggern, nicht nochmal mit Aufmerksamkeit zuzuschütten, na, vielleicht kommt noch was raus. Oder der Sunken Cost Fallacy zu erliegen, ja, ich habe doch aber investiert, da muss doch irgendwas rauskommen. Also da muss man sich echt wahnsinnig von lösen. Sehr schwer, aber wenn man sowas sieht, dann weiß man warum. Genau, und sie laufen dann durch die Mühle, ich würde sagen in den Fleischwolf. Das ist es halt, warum es mir in diesem Kanal geht, ist Männer davor zu bewahren, in den Fleischwolf zu laufen. Ja, da draußen, das ist, das sind Raubtiere größtenteils, wirklich. Rettet euch selbst vor der Hölle. Instinktiv, nicht weil sie alle bösartig sind, aber auf diesem Markt, bitte lauft nicht in den Fleischwolf, bitte nicht. Ja, er sagt es auch. Genauso würde ich es auch sagen, das heißt nicht, dass du der Oberarsch bist, sondern es muss ein fairer Tausch sein, ein guter Deal. Alles im Leben ist Verhandlung und ich möchte einen guten Deal. Und wenn die Frau den Deal nicht bringt, dann musst du eiskalt sagen, du game over, you're fired, hätte Trump gesagt, glaube ich, bei The Apprentice. Viele Männer sind viel zu geduldig, glauben viel zu sehr an das Gute in der Frau, sind viel zu gut erzogen, meiner Meinung nach, die Söhne des Feminismus. Alles ablegen. Da müssen wir erstmal hinkommen, dass wir komplett die Maske runterreißen, das komplett ablegen und von Null uns neu aufbauen und uns ein eigenes Wertesystem schaffen, in dem wir das Wichtigste sind. Und nicht im narzisstischen Sinn, nicht von ich bin der Tollste, ich habe das Beste verdient, nein, nein, ich habe Fairness verdient. Weil ich was wert bin als Individu, weil ich mir selbst was wert bin, habe ich Fairness verdient und lasse mich nicht veralbern von irgendwem, niemals. Halt entstand! Schenk ihnen nichts! Für die vast majority of you seasoned guys that deal with some younger women, most of you, provided that you've got your shit together and you're good looking and you're not a fat blimp, and you've actually, you know, taken care of yourself, are in a far, far better position to deal with younger women than you actually believe. Now, I do a lot of one-on-one coaching for stuff like this. Bei ihm kostet die Stunde, glaube ich, einen Tausender oder so, also das kann man ihm wirklich ankreiden. Aber gut, seine Stunde mag so viel wert sein, wer glaubt, bei ihm was lernen zu können. Remove the scarcity mindset around, oh, she's pretty and she touches my pee-pee, so I have to do whatever she says. Das ist mein Bewusstsein, dass er anspricht, ja, das muss man dringend entfernen, das hatte ich auch viel zu oft. Ja, dann muss man im Zweifel sagen, okay, wenn man eben nicht top ist, dann lebt man eben alleine, zufriedener, okay. Auf jeden Fall steht dein Stolz vor deiner Geilheit, ganz einfach. Wenn du in einem mentalen Rahmen so einen Moment bist, dann in einem exceptionally bad position. Du bist in einem position where du nur going to be dealing with negotiated desire with her. Es ist transactional sex, essentially. Es ist nicht validatio. Validatio means that, you know, that she wants to be a part of your life. Sie wants to get involved with you in an intimate level. And she's very strongly interested, in fact. There's no games that are being played. There's no, you have to pay my rent or my daddy, this, that and the other thing, like any of these lyrics you hear. It's genuine. Don't deal with women that don't have genuine burning desire for you. Ja gut, ich wiederhole jetzt nicht meine Meinung zu dem brennenden Verlangen. If you need more clarity on that, go grab my book. Ja gut, ich glaube, das war es jetzt. Sein Buch habe ich ja schon mal gezeigt bei dem Green Flags Video. Ja, er hat einige wichtige Beiträge. Er ist ein bisschen hemmsärmlich, finde ich. Also im Vergleich zu einem Stone oder einem Tomasi, die natürlich viel tiefer gehen. Aber er spricht damit eine einfache Sprache und die verstehen viele. Und deswegen finde ich ihn auch trotzdem gut. Auch wenn ich mit vielem nicht übereinstimme und er auch sehr heftig in der Kritik steht. Aber hier in dem Fall hat er weitestgehend recht gehabt. Super Beispiel. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und damit endet meine Arbeit hier übrigens jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.